Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, gibt es für die Smartphones Apps, ich muss Plural sagen, weil es gibt viele, und zwar Winkelmesser oder auch Kleinometer genannt, die auch als Wasserwaage funktionieren. Diese Apps gibt es sowohl für Android als auch iPhone und es schaut zunächst sehr beeindruckend aus, wie das hier aufs Zehntel genau anzeigt. Allerdings, wie gut es wirklich funktioniert und ob man das als Neigungsmesser für die Kreissäge verwenden kann, möchte ich in dem Video mal zeigen. Dazu habe ich eine kleine Vorrichtung gebaut. Wie ich die genau gebaut habe, ist dann im zweiten Teil von dem Video zu sehen. Ich möchte nur dazu sagen, man muss das hier gar nicht so genau machen. Das Einzige, was stimmen muss, ist, dass das hier ein rechter Winkel ist. Ansonsten richtet sich diese Maße eigentlich nach der Dicke und der Breite des Smartphones, dass das hier reinpasst ohne Spiel. Ich möchte nur dazu sagen, man muss, dass das hier reinpasst, dass das hier reinpasst, dass das hier reinpasst, aber das hier reinpasst, dass das hier reinpasst, dass das hier reinpasst, dass das hier reinpasst, was sehr gut gemacht hat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020